Oh Gott, nie wieder. Ah, Moinsen, ich wusste gar nicht, dass Sie schon hier sind. Sie haben schon lange gewartet, oder? Ja, ich warte schon seit 40 Minuten hier auf Sie. Wo waren Sie die ganze Zeit? Dafür gibt es eine sehr, sehr gute Begründung. Ich habe ganz gottlos zwei Sandwiches bei Subway zerfetzt. Und ich meine wirklich gottlos, ne? Naja, ist auch nicht so wichtig. Dann fangen wir mal an. Können Sie mir einmal sagen, was Sie für Probleme haben? Zeigen Sie es mir am besten. Also, es tut auf jeden Fall echt weh, wenn ich so mache. Ah, ja, genau so. Dann machen Sie nicht so. Ganz einfach. Ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben irgendwas Unbekanntes in Ihrem Magen und wir müssen das sofort abpumpen. Wirklich sofort. Okay, aber ich bin wegen meinem Arm hier. Sind Sie nicht Herr Hagen? Nein, ich bin der Herr Steinhagen. Ah, da sind Sie, eine Seite weiter.